Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Zwei Tage haben wir noch, dann ist die nächste Feralnacht. Gut, so ich stehe hier nochmal um Friedhof. Ich habe da schnell noch ein Screenshot gemacht für die letzte Folge. Und dann haben wir hier nochmal eine Quest. Stufe 2. Hier irgendwas. Keine Ahnung. Irgendeine Residenz. Residenz des Grauens. Ach, guck mal hier. Ich glaube, den Ding hier war schon mal drin. Dann bin ich hier gestorben. Wenn ich mich recht erinnere. Da bin ich irgendwie den Zombies, versuchte ich zu entkommen. Und bin dann nochmal hier runtergeplumpst in das Ding hier rein. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Das war, glaube ich, im Let's Play mit Jule zusammen. Wenn ich das irgendwie recht in Erinnerung habe. So. Da ist auch mein Bücherregal. Mist. Scharfschütze Band 3. Nee. Ich brauche irgendwie Band 5 oder so irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Äh. Müsste mal gucken. Warte mal. Bücher. Scharfschütze Band 5 brauchen wir. Genau. Sind die vielleicht besser? Nee. Huch. Na komm rum. Torben. Huch. Blub. Guten Flug. Haha. Na komm. Da flog das Köpfchen. Warte mal. Hier war doch auch noch irgendwie. Ach so. Gut. Dann müssen wir hier lang. Tagebuch des Jägers. Vielleicht finden wir ja doch noch ein paar Handfeuerwaffenteile. Und dann können wir uns den letzten Geschütztonen noch bauen. So. Und dann können wir hier runter gehen. Ach Garage gibt es auch noch. Säubere das Gebiet. Das war das Gebiet. Mist. Jetzt schaffen wir das nicht mehr noch eine Quest zu machen. Schade. Halt. Warte mal. So. Nein. Falsche Taste. So. Screenshot mitnehmen. Dann ist natürlich die Frage, wo gehen wir jetzt spaßeshalber mal rein. Haben wir hier nicht so ein älteres Haus. Irgendwie so ein Stufe 4 oder so. Stufe 4, 5. Irgendwatt. Gibt es da nichts hier? Gibt es da nicht was von Ratio Farm? Da ist noch dieser komische Bier denn. Das hier Medizindings. Hier ist noch eine Kirche. Was ist denn das hier für ein Ding? Stufe 1. Weiß jetzt nicht, ob in der Kirche unbedingt Bücher sind. Batscher Peets. Pupi Pants. Ah, warte mal. Waren nicht im Kindergarten Bücherregale? Ein paar Stück. Die Amis erziehen doch ihre Kinder schon. Mit Schusswaffen. Hier könnten wir vielleicht Glück haben. Ich meine hier wären auch relativ viele Bücherregale gewesen. Das ist der Kindergärter. Das ist der Kindergärter. Guck da, die haben auch Munition hier im Schreibtisch liegen. Das ist in so einem Kindergarten hier völlig normal. Ich glaube, hier gab es auch einen Hund. So. Hier mal ein paar Sachen zerlegen. Die können wir auch wegschmeißen. Das auch. Das auch. Irgendwo war hier immer ein Hund. Ist der Hund weg? Sonst kam hier immer ein Hund angerannt. Oh, das war bei einem anderen Kindergarten. Das könnte natürlich auch sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das ist der Hund. Ach, hier war ich dann Sportunterricht oder was? Gab es nicht auch noch hier irgendwie so ein Geheimversteck? Ne, in dem hier nicht. So, die kommt jetzt wahrscheinlich hier hochgetappt, ne? Na, dann kommen sie mal her, gute Frau. So, ah ja. Hier wohnt keiner drin. So. Sogar Autoreifen haben die hier drin. So. Dann lass doch mal schauen. Hier geht es jetzt aus dem Ort raus. Ach, weißt du was? Komm, wir fahren mal gerade heim. Wir fahren mal eben heim. Dann machen wir Inventar leer. Ich glaube, ich habe auch noch das Auto voll mit Kram. Bin mir da gar nicht ganz sicher gerade. Aber ich glaube schon. Jo, da ist auch noch Zeug drin. Jetzt nicht mehr. So, dann machen wir gerade das Auto leer. Und das Inventar leer. Und dann holen wir uns unsere Geschütztürme mit da hoch. Äh, nee. Erstmal allgemein. So. Elektrogramm. Da können wir dann das, das, äh. Gucken wir gleich nochmal. Robotik. Können wir nix. Teile. Fahrzeug. Steroide. Machen wir auch nix da. Kohle und Nitrat. So. Okay. Dann mal kurz hier an die Händlerkiste. Das verkaufen wir. Das. Das. Die behalten wir. Das können wir verkaufen. Die Mod kann weg. Die können weg. Das. Und das auch. Und dann haben wir noch ein bisschen Messing übrig. Das können wir direkt hier rein stoppen. Ach so. Da sind auch noch Patronenhülsen. Die können noch da rein. Äh. Patronen meine ich natürlich. Die schmeißen wir weg. Ähm. Da haben wir noch Großvaters irre Soße. Ich weiß gar nicht mehr, was die macht. Macht denn die? Handeln. Plus 20%. Dauert drei Minuten. Und dann gehen wir mal runter. Äh. Wir haben hier noch das da. Wir haben noch das. Das. Das kann weg. Und dann haben wir hier noch Stein. Dann machen wir das da noch rein. Und den ganzen anderen Kram hier. Den können wir wegbringen. Das kann alles noch runter. So. Dann lass uns das mal machen. Schwupp. 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 Ich weiß gar nicht, wo ich die Seeds hier hingemacht habe. Die Aloe Seeds. Wo sind die denn? Können wir eigentlich hier mit rein, ne? So. Kaffee. Dosen. Kürbis. Und Gläser sind hier hinten. Kühlbox ist leer. So. Dann haben wir eigentlich alles, ne? Munition am Start. Dann lass uns mal gerade hier die Dings nehmen. Davon vier. Haben wir eigentlich die... Ne, wir haben keine bekommen, ne? Gut. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so dramatisch. Oh, Besuch. Oh, Besuch. Ähm. Naja. Naja. So, das war Hansi. Dann fahren wir jetzt los, wir haben ja noch Zeit, wir haben ja noch Zeit, jetzt muss ich noch mal gucken wo wir dann hin müssen, da ist der Trader, da ist Wolfenstein, okay wir müssen nach Süden, ich glaube wir können da sogar direkt hinfahren, wir fahren jetzt zur Red Loot Burg und gehen da rein. Fahren zur Red Loot Burg und dann prügeln wir uns da durch. Geht bestimmt einen Arsch voll Munition bei drauf, da lag Nitrat im Weg. Aber dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Action. Die Red Loot Burg, die wird bestimmt schwer. Die wird bestimmt richtig schwer. Vor allen Dingen jetzt halt mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Ich will gar nicht wissen wie viele grüne Zombies dann da drum, da drin rumrennen. So. Habe ich eigentlich irgendwo einen Schlafsack? Hier habe ich einen Schlafsack. Da steht, da ist ein Bettsymbol. Gut, okay. Ja, das sollte ja reichen an toten Köpfen. Nichts, ich weiß nicht. Ja, das sollte ja... Ich bin ja. Oh, ein Holzknüppel. Das ist ja geil. Oh, die ist draußen. Hier, Cracker Book Kiste. Sharp Sticks. Ein Scope. Das zerlege ich, das zerlege ich. So richtig los geht es ja erst da drin. Oh, da flog ein Arm weg. Würziger Käse. So, jetzt weiß ich nicht genau. Sind wir dann einmal rum? Ne. Okay. 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 Nehmen wir mal hier von eine. Nur für, so Vorsicht sozusagen. Oh, dieser blöde Geier da, ne? Handgun-Magazin. Get hammered. So, ich glaube, dann sind wir aber einmal rum, ne? Scheiß-Vogel da, ne? Blödes Federvieh. Schlimm. Oh, der ist, glaube ich, sogar besser als der Helm, den ich angehabe. Kill. Die ist der Schreibung. Ich bin jetzt nicht der Schreibung. Oh, der ist... Oh, der ist aufsteigt. Oh, der ist aufsteig. Ja. Oh, der ist die Schreibung. Oh, der ist eine Schreibung. So, jetzt sind wir aber auf jeden Fall einmal rum, ne? Blöder Geier, ey. Jo, hier sind wir reingekommen. Cool. So, und dann sind wir immer... Wir sind dann immer hoch, ne? Haben uns hier oben umgeguckt. Na gut, alles brauche ich jetzt hier auch nicht looten. Wie war denn das? Achso, man konnte ja jetzt außen auf der Mauer auch einmal rumgehen. Und man konnte noch oben drauf gehen. Ja, genau, so irgendwie war das. Na, pass auf, dann fangen wir mal einfach hier an. Ich frame mich mal hier hoch. So. Noch ne M60 gefunden. Ja, ja, ja. Weg ist er. Weg ist er. War da nicht noch einer? Sie wollen. Ja... Er stand bleibes nur. vielleicht haben wir ja das glück und finden hier in dem ding das buch hat mir fehlt so dennoch dann ist man einmal rum sein wieder ein schockstab hier ist der eingang hier ist unser auto da ist auch schon offen und hier müssten jetzt frames stehen hier stehen frames genau okay so dann sind wir auf der außenmauer im prinzip durch das bedeutet wir bleiben hier innen hier war doch auch irgendwo dann eingang oder nicht sehr genau auf der anderen seite ach hier hier ist der eingang da warte mal dann fahr ich mal gerade die karre vor lauter körperteile die rumliegen so hier ging es dann rein aber jetzt gerade einiges los auch der lebt immer noch ich dachte er wäre schon platt so hier sind jetzt ganz ganz viele kisten so hier sind wir deswegen heißer ding hier lootburg so hier ist es Das ist schon die fünfte, sechste Kabelzange, die wir finden, ne? Oh, Gott sei Dank neuer Pinsel. Immer dasselbe drin. So. Lass mal gerade gucken. Wegschmeißen, wegschmeißen, zerlegen, zerlegen. Die bringt 50 ein. Die 100 Lehm können weg. Das kann weg. Zerlegen, 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 zerlegen. Ich glaube, ich gehe mal kurz ans Auto. Ich stopfe ein bisschen was rein. So. Okay. Haben wir noch mehr Farbe? Ne. Fünf Kabelzangen hier drin. Der sechs. Sechs Kabelzangen. Das schmeißen wir noch weg. Die vier Knochen hauen wir weg. Vergammeltes Fleisch. Weiß ich ja doch nicht, wofür wir das noch bräuchten. Außer für irgendwas zu kochen. Was ich auch nicht brauche, weil ich ständig Dosen finde. So. Okay. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Hier in der Red Loot Burg. Da kommt noch einiges an Loot. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.